Drei Spiele stehen noch auf dem Programm der Kieler Störch in dieser Saison. Drei Punkte müssen noch her für den Klassenerhalt. Carsten, am Sonnabend kommt der Tabellenletzte aus Stuttgart. In der Zeitung stand dreimal ein Punkt, Holstein ist durch. Du hast was anderes vor am Sonnabend, oder? Ja, also die Ausgangssituation ist völlig klar. Wenn wir am Wochenende gegen die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart gewinnen, dann sind wir nach hinten zu 100% abgesichert. Aber wie ein Sportler denkt und wie eine Fußballmannschaft denkt, wie wir im Verein denken, ist das das erste große Ziel jetzt am Wochenende. Und dann hätten wir noch zwei Spiele, wo wir nochmal draufpacken könnten. Viele kennen vom VfB 2 eigentlich nur den Ex-Nationalspieler Kakao. Du weißt sicherlich noch einiges mehr über die Mannschaft. Ja, wie das zweite Mannschaften so mit sich bringen, haben auch die Stuttgarter viele junge Spieler, die immer so auf dem Verschiebebahnhof sind. Trainingsgruppe 1. Bundesliga-Punktspiele in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga. Ähnlich geht es dem VfB. Der VfB hat in dieser Woche mit den Profis ein Trainingslager auf Mallorca bezogen. Und da ist auch der eine oder andere aus der zweiten Mannschaft mit dabei. Inwieweit sie dann noch nach Kiel nachreisen, das weiß ich nicht. Deswegen macht es das etwas schwieriger, um da eine Formation von vornherein auszumachen. Aber wir werden so vorbereitet sein, dass wir den VfB ordentlich bespielen werden. Mit einer gewissen Leidenschaft, mit einer gewissen Portion Respekt auch. Denn auch die Stuttgarter haben, obwohl sie Tabellenletzter sind, in dieser Liga viermal auswärts gewonnen. Und das zum Beispiel in Groß Asbach. Sie haben in Münster gewonnen. Sie haben in Bremen gewonnen. Und sie haben bei Fortuna Köln gewonnen. Und haben auch bei Spitzenmannschaften wie in Osnabrück, wie in Würzburg gepunktet. Und von daher denke ich, sollten wir den Gegner nicht zu stark reden. Aber wir müssen ihm wirklich dem nötigen Respekt entgegenbringen, um am Wochenende erfolgreich zu sein. Mit welchem Personal können wir dagegen halten? Ja, es sieht so aus, dass das Spiel für Manuel Janze auf jeden Fall noch zu früh kommt. FCF wird nicht dabei sein. Genauso wie Dominik Schmidt. Dominik Schmidt, der sich in den letzten Wochen wirklich mit seiner verletzten Situation oder mit seiner körperlichen Situation immer noch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Und jetzt nach dem letzten Spiel in Groß Asbach war dann ganz einfach die Zeit gekommen, dass man sagt, jetzt muss Dominik in den sogenannten Krankenstand gehen, muss sich behandeln lassen, muss seine Dinge auskurieren, die er die letzten Wochen mit sich rumgeschleppt hat, damit er dann zum Anfang der Vorbereitung wieder auf dem Stand ist, wo wir ihn brauchen, nämlich zu 100 Prozent gesund. Jetzt geht es gegen die Tabellenletzten. Stuttgart muss dreimal gewinnen, um die Klasse noch zu halten. Was birgt das für Gefahren für Holstein? Was birgt das für Chancen im Spiel der Stuttgarter? Ja, ich glaube, dass das während der 90 Minuten kein großes Thema sein wird, weder für uns noch für die zweite Mannschaft des VfB. Es kann immer nach vorn losgehen, es kann nach hinten losgehen für die Stuttgarter. Das ist aber nicht das Thema, was wir bearbeiten müssen. Wir müssen ganz einfach schauen, dass wir mit wenig Kontakten viele Stationen hinbekommen und im richtigen Moment auf Torabschluss spielen. Und was ganz wichtig sein wird, wird die Reaktion und die Situation sein, wenn wir mal einen Ball im Offensivspiel verlieren, dass wir sofort wieder umschalten und nicht denken im Hinterkopf haben, das ist der Tabellennetze, da wird schon nichts passieren. Also ich kann nur noch mal sagen, auch der VfB hat vier Spiele auswärts gewonnen und deswegen darfst du einfach auf dem Platz keine Situation unterschätzen. Und wenn wir am gegnerischen 16er spielen, sollten wir immer wieder auch Zugriff haben auf die offensivsten Spieler des Gegners, damit sie sich halt nicht befreien können, damit sie nicht ihre Konter fahren können und mit ihren guten Fußballern dann doch zum Abschluss kommen. Und das wird ganz wichtig sein und das haben wir versucht der Mannschaft unter der Woche zu vermitteln. Hochmotivierte Spieler also der Kieler Störche. Hoffentlich auch motivierte Fans. Wir freuen uns auf euren Besuch im Holsteinstadion. Noch mal alles reinhauen für die Störche. Danke fürs Gespräch, Carsten Heitzel. Bitte.